Hallo, ihr vom Galileo-Team habt uns ja die Frage gestellt, warum ist der Himmel blau? Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Es liegt halt daran, das Sonnenlicht ist halt ziemlich neutral. Und wenn es auf die Erdatmosphäre einfällt, die halt ziemlich aus Stickstoff besteht, verändert sich die. Die Wellenlänge von der Farbe blau ist halt kürzer als die Wellenlänge der Farbe rot. Was deshalb passiert, die Wellen, die Farbe blau zerstreut sich und ein Teil seines Spektrums wird absolviert. Und deswegen erscheint uns die Farbe blau. Und außerdem, wenn man die Sonne aus einem anderen Winkel betrachtet, verändert sich die Farbe. Wie man zum Beispiel gut beim Sonnenuntergang sehen kann, dort erscheint sich die Farbe rot mehr, weil sie weiter weg ist. Das war mein Vortrag zum Thema, warum ist der Himmel blau? Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!